Elke kehrt von ihrer Geschäftsreise zurück, um im Schlosshotel nach dem Rechten zu sehen. Der hinterhältige Kramer bereitet Elke Sorgen. Der Bankier besitzt bereits die Hälfte des Schlosshotels, nun will er auch noch die andere Hälfte ergaunern. Zu diesem Zweck spielt er der schwangeren Anja vor, dass er sie liebt. Kramer glaubt, Anjas Kind stamme von dem verstorbenen Hotelbesitzer Lenny Berger. Ein Schloss am Wörthersee, Samstag um 20.15 Uhr auf Anixe-Hadi-Serie. Oder schon vorab in unserer Mediathek.